Kommandant Franz, bitte, treten Sie ein. Hot Dog. Irgendwas musste ich doch sagen. Das war Rudi Jäger, Hager Stellvertreter. Er soll seinen Hunden gefangen aus dem Burggefängnis holen. Er soll es zum Fraß vorwerfen. Guten Morgen. Morgen. Juni. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020